Ich sammle Luzern Müllansetzungs-Schutz für die Tiere. Um meine Rechnungen zu bezahlen und eine Weiterbildung im Naturschutz zu machen, brauche ich pro Monat 3000 Franken. Ich wäre froh, wenn du mich mit einer Spende von 10 Franken pro Monat unterstützen würdest. In der Videobeschreibung habe ich noch Affiliate-Links verlinkt, über die du mich unterstützen kannst, wenn du dort etwas kaufst. Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute stelle ich euch wieder eine Möglichkeit vor, wenn ihr mich gerade so unterstützen könnt. Die heutige Möglichkeit ist, Umfragen auf Entscheider-Club zu beantworten. Dort kann man ab 14 Jahren teilnehmen, wenn man in Deutschland, der Schweiz oder Österreich wohnt. Pro Umfrage bekommt man dort je nach Länge zwischen 50 Rappen und 2.50 Franken. Und hier steht, man wird zwischen 5 und 7 Mal pro Monat eingeladen. Und die Umfrage dauert zwischen 25 Minuten. Und hier oben, hier bei Freunden empfehlen, könnt ihr hier einen Link, kommt hier wieder einen Link, könnt ihr den kopieren und dann eure Freunde weiterschicken. Und dann bekommt ihr für jede Umfrage, die euer Freund beantwortet, 10 Rappen oder 2 Franken. Und könnt auch hier, wenn ihr die E-Mail-Adresse habt, von euren Freunden, könnt ihr hier die E-Mail-Adresse einfügen und auf Szenen klicken. Dann kann man auch hier die Bankverbindung eingeben. Und hier die Mitgliedschaft beenden, falls man nicht mehr teilnehmen möchte. oder auch hier dwarf mich zu traderieren, oder auch das Problem auch zu個人estarbe서�alie. da sind wir hier im homologie verwendigern. Bist du drin? 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 Bist duι' drin? Bist du drin? Bist du dir 이런 d香화를, Bist du drin? Bist du drin? Bist du da nicht? Bist du? Bist du dr fittest? Bist du das Maal? Bist du classe-A-JA-buch-A-U? Bist du resultados? Bist du auch. Bist du da? Bis zum nächsten Mal.